Mein Mädel Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin In einem Schuhgeschäft Mit 80 Frans all ehren der Woche Doch sie gibt mir Für viele Millionen Glück Musik 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 Die Jazzbett spielt dann gleich leise ihr Lieblingsstück. Sie schmiegt sich an so weit und legt den Kopf zurück. Mein Edel ist nun eine Verkäuferin in einem Schulgeschäft mit 80 Fransalieren der Woche, doch sie gibt mir für viele Millionen Glück.